Moin, 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 moin. Also, wir machen noch weiter. Ja, das hat selbst schon gedacht, wo ich die Leistung von Schott geholt habe, und ich habe schon viel bessere Lust an den Schleppsklang geändert. Stimmt, nicht mehr so viel Gold, weil ich das Gold wert habe, Riva geschenkt habe und einen anderen Charakter. Der ist mit dem Bankloch. Es ist schon gefühlt, dass ich den heute in Irrwann ein paar Wert richtig spiele. Da wängst du und ich war so, ja. Wir sind mal ernsthaft. Ja, und dann gucken wir mal, was wir da noch heute machen, was wir wollen. Wir sind schon in Questgeber heute. Aber, ähm, wir sind tatsächlich heute noch in Quest. Das wird, ich, 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 ich. Ctrl-C. Wir sind ja auch Krieger. Ob ich tatsächlich schon da hin, muss ich da nicht, oder was? Wobei, da gehen wir mal direkt. Da hast du ja den Sprachgebrauch zu nennen. Okay. Okay, ähm. Wo muss ich die Uzi-Tuzzi? Okay, noch mal da. Also hin. Es soll doch tatsächlich bis dahin ein Riesen für mich Krieger-Quest machen. Du hörst doch nicht mich alle. Du hast auch doch... Nee. Nee. Du hast eindeutig die Klimi geteigt. Das meine ich nicht. Das meine ich nicht. Das kannst du vergessen. Du kannst dich mal kräftig... Nee. Ähm. Nee. 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 Egal, wen sie lo hältst. Obst du lo bei der Allianz der Krieger hältst. Obst du Dinge hältst. Bei den Druiden lo hei zum Beispiel. Du musst dir nicht da hin, hei muss... Da fiel das, war nicht geliebt. Fiel das. Nee. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Da kommen, was wir heute machen. Läuterung, gehäutung, teutung. Also... Und dann zieht weiter, der holt dann heimzult, der holt dann heimzult. Ah nee, ich halte mich schon. Ah nee, ich muss hier verprüscheln. Gott sei Dank. Das Übungsschwitz. Ja. Ja, okay. Ich wollte nur sagen, wow, ey, das kann ich tatsächlich einvermengen. Und ich wollte nur sagen, eigentlich nicht das schöne Äxt, wo ich kann lehren. Ja, heimzult. Weil mein Bang fu schon als untote Krieger. Ich warte, wenn ich Krieger mache, fährt nicht jeder in der Pisanenstoß. Das ist relativ einfach erklärt. Weil als Krieger kannst du all Rüstungen drohen. Das hat auch schon ein Riesenviertel. Ach das schon. Ja. Ein Riesenviertel. Ich weiß, dass ich mich froh. Bei ihnen heim. Genau wie bei den... Ähm... So, was glaube ich. Bei den... Den drin heim. Kriegen sie Hufe Eisen, wenn sie ne Schuhe kriegen? Du diskriminierst gerade. Ja, ich diskriminierde. Ja, voll und ganz. Ich diskriminierde. Ja, aber tuk, tuk. Ich diskriminierde. Ehre. Ah ja, an den König. Gut. Ich muss nach Europa. Ich denke schon, wie das kostet das. Ja, aber ich kriege das nicht. Da kriege ich das nicht. Da kriege ich das nicht. Da kriege ich das aktuell nicht. Nee, sorry. Äh... Veräpple kann ich mich selber. Du bist relativ aufbrausend. Ja, ob ich die Falle. Ich muss nicht die Geisendeal behaupten. Das ist richtig. Ein Puma! Ja, für den Doden... Wenn ich muss denn einen Hanukost... Ja. Ich nehme jetzt an einen Person mit den Tags. Ich komme heute einmal ein bisschen, Das ist ein HULK-Smash. Und weiter up. tatsächlich schon die kinder machen aber ja wie ich gemacht nur das ich habe weiter sie sie weg auch weiter das ist nun tatsächlich den namen kriegt ihr als band geholt Ich schreit euch mal den Aufhängergebiet an. Hallo? Hallo, das ist eine Frage, Freunde. Ich schreit euch mal zu kriegen. Ich kann das nicht aus meiner kriegerischen Haut raus. Ich mag das Highland, dass du an der Gägen, hier ist vorher an der Gägen, müsste ich sehen. Da war es dann, oder? Wow, wie ihr scheißt. Guck mal, wie ihr scheißt. Ah, schießt ganz weird, schießt dann. Ganz, ganz weird. Gut. Ne. Ich will mal extra in das Aufhängergebiet Auffangstoffe kaufen. Level 1. Seit ein Jahr muss ein cooles Chat gerne wirklich stehen. Die Smoking schickt da aber alle die Welt für die Smoking Sachen. Ich weiß nicht, dass die Spadal Allianz schon da erfunden ist. Aber hier bei der Horte ist tatsächlich die neue Job. Die kann nicht, aber du lebst einfach schon direkt raus. Also, ja. Ich kann sie darüber drehen. Ich kann sie darüber drehen. Ich kann sie darüber drehen. Lager Töner. Lager Töner. Hoppala. Ja. Das sieht ein bisschen mitzünde ist aktuell. Ah, das kam mir in die Welt, ja. Gut, gut, gut. Bei meinen Beuteln bin ich alle gut. Auf dem anderen Charakter gescheckt. Wo ich noch zu viel hat. Ich kann nicht zu viel Beuteln wohnen. Ja. Das gehört wahrscheinlich nur noch mit dem Drüiden. Wo ich schon noch einen Beutel kaufen. Ich kaufe ein Mikro aus und dann kann ich den anderen schicken und dann lasse ich meinen Platz. Ja, wir gehen quasi da und dann gehen wir drüber und dann gucken wir mal. Ich meine, ich weiß, wo das ist, aber ich gucke mal, ob ich den Schatz gehe. So, das misst normalerweise da. Aber das fangen wir mal direkt aus. Ja, das ist tatsächlich stehen aus. Okay, das stimmt. Ich muss mal mein Vertrauen haben, ist schön, aber ja. Ich fand aber immer so witzig, wenn die Leute tatsächlich mal erzählen, was du so richtig denkst. So, dann kommt Leute... What? Das fand ich immer so witzig. Verkaufen, 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 verkaufen. Nein, man braucht uns nicht. Ein Puma! Ein Pumper! Äh... Was ist denn tatsächlich schon da hin? Hm. Tatsächlich, was ist denn da hin? Okay, dann laufen wir rum zurück. Schauen wir mal, das wäre in einer Weg. Dann können wir schon mal gucken, wie der nächste Quest aus der Weg ist. Ja, 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 ja. So, Kontroll. Z. Kontroll. Vorwärter. Äh... 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 Ja, wenn so ein falschen Dämlich ist, wollte ich schon... Wie sag ich das mal? Ich bin nicht so, dass ich dämlich sind, aber... Das war wohl nicht weit was von dämlich, das, was ich tun machen wollte. Aber gut, das war nicht weit was von dämlich. Aber das war noch ein Kesselbuch voll. Äh... Und da gibt man mich dann... Gut. Die Karawane zieht durch. Der Sultan hängt ihn weiter. Der Sultan hängt ihn weiter. Der Sultan hängt ihn weiter. Äh... Ähm... Ja, komm, wir verkaufen. Dann gehen wir das rein schon, gehen wir durch. Und dann gehen wir den... Das Horn, du siehst schon. Horn von Dingsbums, du das... Und hier ist der Macro. Das ist falsch. Ja, ich weiß nicht. Mal, falls kommen wir auf gut vier runter. Eier mit... Eier mit... Schmangen, ich muss mal ein Cola rumzeiht. So... Schmack. Ah, was mir gefallen hat. Am Tauchergebiet heim... Können wir keine Stoffsachen kaufen. Aber so viel was? Es gibt keine Priester, Warlocks oder Magier. Just say. Wie leid die antworten. Du wirst kein Datei kaufen. Ganz komisch. Aber also so. Hatte ich los so nicht gedöscht. Hätte ich los so nicht gedöscht. Aber ja. Es ist furchtbar mitzinnig. Ja. Aber schmack mal etwas leckeres. Ja, komm jetzt runter. Ich mach mal eine Pizza. Ah, aber keine klassische Pizza. Keine klassische Pizza. Keine klassische Pizza. Ich muss mich extra vergeben. Ich bin ja die... Ähm... Die... Die... Manche sind selber schon gekauft. Die Preise... Wird mal gewert. Die ist selber unten. Whatever. Und ähm... Das ist die Feierergeschen. Ja, die Feierergeschen. Ja, das ist tatsächlich ähnlich. Und ähm... Dann ähm... Dann ähm... Die Tomaten und der Becks. Die... Die Gans. Da die schon immer noch ein bisschen schief. Ich würde schon... Die stehen nun schon als Tomatentoast. Die... Die sind wirklich lecker. Ja, so. Die schon brauchen nicht extra zu kaufen. Und ähm... Du kannst das. Dann ähm... Manche vom meinererbessig holen. Zwiebeln. Und ähm... Schon mal... Gehaktes Kaff. Ähm... Ähm... Ich schwinge es wie Hörnfleisch. Götze... Götze. 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 Und ähm... So lange es mir schon an der Brüer stand, könnte es mir auch egal sein. Gut. Ja. Ähm... Dann äh... Und dann äh... Manche dann... Manche dann den. Götze. Dann eben... Da... Du hast ja rarer Mobster. Dann. Ich kann nun da... Und da fragt ihn. Hat's ja Schnecke. Hat der Matratzi. Matratzi hat's ja Schnecke. Ja. Komm. Oh, das... A? Wir tun schon... Dolo Crude. Haarstoff. Ja. Ähm... Ähm... Flachlandklauenstreuner. Und... Streuner ist normalerweise Wauwau, oder? Ja. Das sind tatsächlich Sponsors. Und dann... Okay. Ähm... Ja. Ähm... Ah ja. Dann ähm... Wann ist dann äh... Wird das auch gebrochen? Dann fließt. Dann hat er noch über Pizza. Über Tomaten zuerst schon. Wird dann... Wo schon drauf geschmiert worden. Und dann... Ähm... Göt noch ein bisschen Käse drüber geschmiert. Ähm... Da war das. Das klingt noch eine richtig geile Sache ehrlich gesagt. Das hat aber keine richtige Pizza. Ihhh... Ja... Du kriegst den Rest. Ähm... Ähm... Ehm... Ehm... Eine Salami Pizza selber auch keine richtige Pizza. Du fängst mal schon mal an. Ein Leute, wo Spaghetti Bolognese rupen, der sucht keine Pizza. Hm? Du denkst. Nach Pizza Hawaii erst Pizza. Ja. Ich liebe Pizza Hawaii. Du denkst... Ähm... Das... Eine richtige traditionelle Pizza... Kinder haben zu sagen, aber es ist keine mehr oder es nicht mehr. Das ist das Problem mit dem Ganzen. Das sind ganz wenige Leute, die die richtige traditionelle Pizza hauptnach machen. Und ja... Nein... Nein... Tatsächlich... Streuna... Nein... Nein... Wir brauchen eine Woche noch die komischen Koudou! Koudou und Streunou! Das ist eine kleine Schnaufheit, das ist dumm. Wir müssen das zu dumm machen, ich weiß doch was dumm sind. Du hast das Streuen angekommen. Und dann haben wir noch Küsse gemacht. Ich mache eine Pizza und dann... Da kann ich so ein... Ja, ich mache gerne so IS-Experimente. Aber ja, das sind so Sachen, die ich gerne mache. Klassische Plätze. Ja, das ist eine Reihe. Aber so mit ungeboten Zwiebeln und... Ja, schon rote Zwiebeln. Ich will die, die will ich machen. Und mit... Das sind, oder? Das genau, der Beispiel auch. Die brauchen wir. Mit ungeboten Zwiebeln gehackt. Das ist schon ein bisschen extra Sache. Merci. Das ist schon ein bisschen extra. Die brauchen wir. Alcazara. Komm Alcazara. Hui. Tim seinen Horn brauchen wir auch. Gut. Nochmal sein Horn. Dann machen wir noch einen Streunern. Nach Mulgur zu goldenen Ebene. So. So. Nochmal. Die hat jetzt auch gemacht. Ah ne. Äh. 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 Ja. Ja. Die Ritten der Mutter. Äh. Äh. So. Ja. Kontroll C. Kontroll V. Und auffügen. Gucken. Ja. Äh. Um Donnerpfalz. Aufgehen. Am Donnerpfalz. Um Donnerpfalz. Über den Donnerpfalz. Hauptsacht Donnerpfalz. gut. Hauptsacht Donnerpfalz. Donner, Donner, Donnerpfalz. Wow. Donner, Donner, Donnerpfalz. Donner, Donner Pfalz. Donner, Donner, Donnerpfalz. Gut. Nun wir die auch. dann gibt es so und die verdienen schnell um donnerfalls gehen oder von der bluff die bluffen bis der thunder kennt ja dann können wir als zurückporten und dann man schminkst nicht mehr viel zu machen da können wir sogar noch ein von der schmink oder ich glaube dass nicht mehr viel zu machen klasse quest nicht do 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 nee 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 der ganze ganze schritt an tor schmieren ganz an tor schmieren wie sie knetschkommchen jetzt besser box das ist schon der schwarze mann drauf gestehen und immer da ja ich gehe in kleinen kreuz heute morgen hättesch cornflakes tono hättesch so überbegte grumpern mit speck an der kreuz und mit engang genoeligst soß neun schätze mal macht die gute so operiert haben geste von gestern aber gut wirklich gut Ja gut, weil ich nebst das woche nicht neunke durch den Agen, und ja, aber trotzdem nebezülle ich den Hain, ja, weil ich auch lang genug ausgeruht war, weil solche klangene Dinge. Hm? 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 Hat your cane to sin? Hat your cane to sin? Nimm mal den nächsten Buch, der nächste Lift. Lift, 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 we holen you the Lift. Gut. Ja, ok, ne, es ist schon nicht cool und nicht immer dem heute in 500 Sachen zu kaufen, die große Tasche zu kaufen. Aber das 12. Tasche wäre schon etwas cooles. Ich finde, es hängt dazu irgendwie auch schon cooler, aber du siehst nicht, was hieß doch. Wow, es ist schon so lange ein Delay da dran. Ah, ne. Ok, ok, ok. Ne, solange es den Delay auch lohnet. Also, ähm. 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 Du hast Stoff und du hast dann, äh, viele Sachen rausgeholt, wie die Tausteine und die ganzen Spaladin, Spaladon, nachher hinruppe. Das blieb nächstes. Ich habe noch ein bisschen komisch von dir. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ja, genau. Mutter euch geboren und so weiter. Ehrenwoche, Ehrenwoche, Ehrenwoche. Oh ja. Ich weiß nicht, dass ihr heute noch ihr habt. Oh ja. Oh ja. Dann, äh. Teleportieren. Ein bisschen nachher. Ein bisschen nachher. Und dann, äh. Dann, äh. Ja. Verkauf wir beide. Dann, äh. Dann, äh.